Wir haben das Leuchtfeuer errichtet und sind endlich, endlich in der Lage, uns mit der vierten Szenario zu beschäftigen. Und damit herzlich willkommen zu den verborgenen Gefahren. So, starten wir es genauso. So, das geht immer schnell. So, dann gucken wir nochmal. Also, was möchte ich dieses Mal anders machen? Erstens, ich sehe schon, hier kann man doch Sammler errichten, oder? Sammler, ja, das wird gut gehen. Ich sehe hier keine Tiere, ich sehe hier die Steine. Hier passiert ja noch nichts. So, also wir können hier, ah doch, Tiere, Hase, Riechen, das ist super. So, also, ich möchte auf jeden Fall erstmal, hm, zählen, wie machen wir das? Also, genau. Wir stecken das mal mit den Gebäuden ab. Also, ich möchte ein Forsthaus errichten. Oder, nein, halt, ich möchte erstmal, dass ich ein Fan davon bin. Also, ich möchte auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall, und ich möchte auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall, super. Also, ich möchte auf jeden Fall, 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 ich Und jetzt das Sägewerk errichten, welches hier ist. Und das machen wir auch weiter noch. So, und dann wäre es doch ultrasinnig, wenn wir ein Wohnhaus hier an der Stelle hätten. So. So. Das haben wir erstmal. Okay, das ist erstmal die Grundlage. Okay, so. Dann. Möchte ich. Oh Gott. Eine Sammelhütte. Huh. wo bauen wir erstmal noch gar nicht oder doch also errichten muss ich ihn schon das ist alles so den bauen wir noch nach da dann brauchen wir also brauchen einen Wachturm für diesen Wachturm Wachturm Und dann... So, den Wachtturm. So, da möchten wir doch das mit dazu bauen. So, genau so, wie wir jetzt hier drüben ausrichten wollen, und zwar dieselbe Kopie. So, ach so, ja, und wir brauchen noch, natürlich, das habe ich ja vollkommen vergessen, das geht raus. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. Super. So. Okay, also, das haben wir schon mal für die Nahrung. Und dann brauchen wir noch. So. 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 . So. 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 und dann bräuchten wir schon noch. so. 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 Gucken wir mal. Ah ja. Hier kommen auf jeden Fall die Wachen, die dann hier mit das Gebiet erweitern. Dann kann ich da unten nämlich schon mal anfangen, meine Steinwirtschaft aufzubauen. So, das heißt, ich brauche hier einen Steinbruch. Ein Steinmetz. Und sobald möglich eine Steinmühle. Gucken wir mal, dass die Steine als erstes erobert werden. Und hier unten wird so nach und nach alles gebaut. Ja, ja. Ich bin erst mal zufrieden. Jetzt haben wir natürlich nicht von Beginn an genug Unterkünfte. Aber ja. Das läuft. Aber jetzt sind wir schon wieder am Ende des Videos. Und damit mein üblicher Appell. Weder AfD noch die CDU wählen, solange die CDU ihre Rechtsradikalen nicht rausgeschossen hat. Und immer für Offenheit gegenüber allen Völkern, Religionen und Denkmustern. Außer sie sind strafrechtlich sehr relevant und psychisch oder physisch belastend für andere Menschen, beziehungsweise die Umwelt. Also, außer wenn diese Ausnahmeschinen immer Toleranz zeigen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im Spiel, im Zug zwischen Dortmund und Köln. Und auf der Endcard müsst ihr halt viel Spaß mit dem selber errichten nach eigener bunten Siedlung. Im peinlichsten Pagonia wünsche ich euch euer Ha-Ha. Willkommen in Pagonia, liebe Pioniere. Und danke, dass ihr mir bis hierhin zugesehen habt, wie ich meine Siedlung aufgebaut habe. Für weitere Siedler 1 Let's Plays klickt hier. Für weitere Siedler 7 Let's Plays klickt...